Jo Leute was geht ab Playback wieder hier am Start und willkommen zurück zu Moons Game. Hiermit begrüße ich euch zum letzten Teil der Trauer und das Ende der Trauer und Freischaltung zur Elfenstadt. Alter wir haben es fast geschafft ich freue mich total einfach ich will diese Quest einfach so schnell wie möglich durchbrügeln aber wir werden uns trotzdem immer noch Zeit lassen wenn ihr das Abenteuer anfangen wollt braucht ihr erstmal im Inneren des Lichts und bestimmte Voraussetzungen für die Fähigkeiten die zeige ich euch mal die könnt ihr euch auch selbst angucken Stufe 75 in ziemlich vielen Fähigkeiten meine ich Gewandtheit Handwerk Baukunst Kerkerkunde Pflanzenkunde Bergbau Gebet Fernkampf Beschwerung Holzfällerei immer 75 wir brauchen drei Quests im Inneren des Lichts der Katapult Bau Geschichte machen für im Inneren des Lichts braucht ihr wie man schon vorher in den Videos sehen konnte Trauernden 2 und um Trauernden 2 anzufangen braucht ihr Trauernden 1 das ist so eine riesen Kette und für Trauernden 1 braucht ihr auch noch ein paar Quests aber ich sage euch einfach nur viel Spaß ich habe das schon hinter mir Gott sei Dank benötigte Gegenstände Kampfausrüstung komplette Trauernden Montur Ironit Bahn habe ich hier dabei Pflanzen Heilmittel oder Ruhen für Pflanzen Heilung dafür bräuchte ich der Mond Magie 20 Magie Scheitel 20 ah ne 10 sorry 210 Splitter 1 Beschwerungsbeutel jeder Art Siegel die es gibt also alle 3 alle 4 Farben meine ich Verteidigungs 3 plus wahrscheinlich soll man da dann irgendwas zusammen mixen ähm dann wird noch empfohlen Mörster und Stößel und eine Spitzhacke falls ihr sie nicht im Werkzeug Gürtel habt so yo ok so wie fangen wir das Abenteuer an natürlich wieder da wie immer bei Ariane wiegen seien sie die grüßt ich habe Neuigkeiten die zwei Angaben Gestein Haufen und Chorilis nichts weggeräumt so feuer jetzt ja annehmen auf jeden fall ey oh das ist einer von diesem neuen Arm fang feuer wow nice so 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 war cook later Und dann geht's. so okay hier ist es ein bisschen glatt Nice, okay. So, dann gehen wir die Treppe hoch hier, okay, so ins nördliche großes Haus hier, da sitzt der Bürgermeister anscheinend. Dann schaue ich mich schon an, wenn da er ist. So, Mako U. So, jetzt müssen wir mit einem Trauernden reden, falls man hier mit jemandem reden kann. So, jetzt sind wir mit einem Trauernden. So, jetzt sind wir mit einem Trauernden. So, dann geht ihr wieder zur Letzte mit dem Masterplan. So, jetzt sind wir mit einem Trauernden. 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 So, jetzt müssen wir erstmal in dieses komische Bürgerbüro. Wir müssen einen Mann namens Pravel suchen. So, jetzt sind wir mit einem Trauernden. äh, wo ist denn der? da ist er doch ok 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 komm ich hier raus sooo da müssen wir diese person finden und dafür müsst ihr ein teil eurer traurten montur ablegen damit sie euch erkennen ähm, hier ist Siddig, den sprechen wir an und er ist weg dann geht er hier nach Norden direkt in das eine Haus hier ich spreche die beiden hier an beziehungsweise den und die zack und weg dann lauft ihr einmal komplett hier runter in den Süden ähm, so dann gehen wir hier rein und krankenschwester Sarah so, mir geht's ganz gut und du musst zur Revolutionsarmee auf geht's so, nachdem wir die noch haben dann müsst ihr nach oben ungefähr hier hin hier ist noch eine äh, da Carla die müsst ihr auch noch mitnehmen äh, da Carla die müsst ihr auch noch mitnehmen auf Tick ist da wo ist Elena? auch Elena? auch Elena ist auch selten der Bauern alter die Melodie ist auch so toll ey ich hoffe du nimmst jetzt nicht auf, dass das jeder lesen kann ja wir müssen aus das erdaubter raus und dann zu Elena ich glaub die sollte sich hier noch kennen und Elena ist hier ganz oben im Gebäude da ist sie doch so und tschüss und jetzt müssen wir wieder zurück bis zum nächsten Mal 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 wir müssen alle trauern und auf jeden fall töten wir sind tot Ja, endlich können wir mal diese hässlichen Vögel umbringen. I'm just trying to make it bad, all of my money, all in the fair, with somebody with damage to do, that's all I've got. Get rekt, du motherfucker! Alter, ich hab mir grad... Ich hab mich grad verdrückt, ey, fehl. ...shining by the dead. Then I heard you was talking trash. Hold my back about the stairs. Yeah, I'm a four, I'll take us a while. We got three small days to Friday. I'm trying to make it bad. Alter, der hat mich fast getötet, ey. ... 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